So, meine lieben Freundinnen und Freunde, das ist er, der neue Welle-Fodcast 2959 und er wäre nur halb so viel wert, wenn ihr nicht dabei wärt. Aber er wäre noch viel weniger wert, wenn Carsten Penz mir nicht gegenüber sitzen würde. Oh, Jan. Und deswegen freue ich mich, dass wir alle hier in dieser Runde wieder zusammengekommen sind, an dieser Stelle, für die nächsten 29 Minuten. Sekunden und irgendwas Sekunden. Ich habe meine Uhr nicht gestellt. Ich wusste, irgendwas fehlt heute. Ja, man muss aber auch, wir können ja gleich mal aus dem Nähkästchen plaudern, Neues aus hinter den Kulissen. Da gibt es ganz viel. Wahrscheinlich werden wir zu unseren Themen gar nicht kommen. Aber ich freue mich natürlich auch, dass du anwesend bist. Ja, schön. Und du hast ja eingangs gesagt, du hast gar nicht deine Podcast-Jacke an. Ich habe meine Podcast-Jacke nicht an, weil heute ist alles anders als sonst. Weil Marco, unser Kamerakind, ist da. Ja, der das auch zum allerersten Mal macht. Also wenn das Video heute anders aussieht, rückwärts, Leute, verkehrt man es. Das wäre so geil, wenn wir alle andere Gesichter hätten. Ja, dann liegt es daran, dass alle krank sind bei uns und wir heute wirklich mit der absoluten Notbesetzung, aber vielleicht, sagen wir ja in zwei, drei Wochen, Monaten, Bestbesetzung. Das war die beste Folge aller Zeiten. Kann alles passieren. Okay. Das ist ein Blick. Also vielen Dank, Marco, dass du da einspringst. Können wir mal. Marco ist auch einer, das merke ich schon, der ist interaktiv dabei. Ja. Marco drängt eigentlich auf unseren Platz. Also der will eigentlich hier vor das Mikro. Das stimmt, so ist der Marco. Es werden wahrscheinlich besonders kreative Kameraeinstellungen heute sein. Ja, mit so Glitzer und so. Dieben Flieber kann sich warm anziehen. So, und er wird reinrufen. Hast du gesagt, mit Glitzer? Ja, so verrückt so, weißt du, so ein bisschen so Schnee von oben. Klar, wenn er was besser weiß, wird er reinrufen. Genau, und das wollen wir auch, Marco. Marco, halt dich nicht zurück. Ei, ei. So, da war er schon. Sehr gut. So, was sagst du heute? Ach genau, wir sagen ja immer erst, was wir heute haben. Ich möchte... Das ist ja nur die 168. Folge, die wir aufnehmen. Falls du dich noch nicht alt gefühlt hast heute... Oh, herrlich. Doch, habe ich. Habe ich. Und ich sage dir auch warum. Ja, geil. Unsere Jugend kommt ins Museum. Ja. Haben sie noch Dinosaurier wieder ausgegraben, oder was? Schlimmer. Oh Gott. Noch weiter zurück. Ich habe heute eine schöne Meldung. Ich habe mir gar nichts vorbereitet. Ach so, doch, Ausbildung. Es geht um die Zukunft unserer Kinder, Leute. Sehr gut. 29, 59, der neue Welle-Podcast. Mit Carsten und Jan. Aber ich prognostiziere, wir werden zu keinem dieser Themen kommen, weil wir heute in Plauderlaune sind und ganz viel auch Neues aus hinter den Kulissen haben. Ja, wir haben ja schon so Neues aus hinter den Kulissen, haben wir jetzt gerade schon erzählt. Ja, aber... Ich habe hier Skifahren Jan stehen. Ach Gott, ja. Du warst Skifahren und hast auf dem Snowboard bewiesen, wie man aus so einer, wie heißt das, wenn man hochfährt? Gondel? Wie heißt denn das? Lift? Lift. Gibt es hier keinen Lift? Ja. Wie man besonders gut mit diesem Lift zurechtkommt. Ich fahre 13 Jahre nicht mehr Snowboard fahren. 13 Jahre war ich nicht mehr im Schnee und jetzt war ich letztes Wochenende, Samstag, kurz meine Schwester besuchen und die wohnte jetzt Gott sei Dank in der Schweiz und da sind wir kurz mal auf so einen Berg drauf gefahren. Chamonix. Chamonix, genau, Mont Blanc, der höchste Berg Europas und da sind wir dann mit so einer Gondel hochgefahren, mit so einer ganz normalen Gondel und dann habe ich zum ersten Mal seit 13 Jahren mir wieder das Brett unter die Füße geschnallt, das Snowboard und das hat überraschend gut funktioniert, also dieses coolen… Den Popowackler hast du noch. Das ging noch, also ich bin problemlos den Berg runtergekommen, ich bin sogar auch problemlos in allen Liften hochgekommen. In diesen Popoliften auch? Am Anfang habe ich so einen Tellerlift mal ausprobiert, weil ich eben es nicht gleich übertreiben wollte, um den höchsten Berg runter zu rutschen. Das hat problemlos geklappt, ich habe da gedacht, es gibt ja einige Internetvideos, gerade im Moment von Leuten, die aus dem Lift rausfallen, die unterschiedlichsten Arten und Weisen, das hat alles hervorragend funktioniert, aber was ich überhaupt nicht mehr hingekriegt habe, ist aus dem Lift aussteigen. Also das wissen aber die Snowboarder, die wissen das, die Besonderheit ist ja, dass du da immer nur mit einem Fuß in der Bindung bist, der hintere ist raus und dann wusste ich nicht mehr, wie man dann lenkt. Und das Problem war, ich bin einfach immer zu langsam gewesen, zu vorsichtig gefahren und dann konntest du keinen richtigen Grip aufbauen. Und bist du dann hingefallen? Mich hat es jedes Mal aus dem Lift aussteigen, ob Teller, Sessel oder was auch immer Lift, mich hat es immer richtig, richtig krass hingehauen. Ich habe noch, ich habe Fragen und zwar hattest du, 13 Jahre bist du nicht Snowboard gefahren. Hast du ein eigenes Snowboard? Ja, aber ich habe mir diesmal eins ausgeliehen, weil ich keinen Bock hatte, den ganzen Quatsch mitzuschleppen. Ich habe mir so vorgestellt, weißt du, du holst so dein Snowboard von vor 13 Jahren drauf und da ist noch so Slimer von Ghostbusters oder irgendwie so drauf. So ein richtiges Retro-Ding, auch noch viel dicker und größer als irgendwie so die neueste Mode. Da hat sich überhaupt nichts getan. Also tatsächlich, mein Snowboard ist 23 Jahre alt, das habe ich mir im Jahr 2000 gekauft oder sogar, nee, das habe ich mir nach dem Zivi gekauft, 97, das ist also 26 Jahre alt. Was ist drauf? Das war damals vielleicht seiner Zeit total voraus, das hat so eine Cremefarbe irgendwie und die sehen heute noch genauso aus. Es hat sich überhaupt nichts getan. Aber ist kein Bild drauf von Depeche Mode oder irgendwie so ein, ist einfach so eine schöne Cremefarbe. Okay. So was türkisendes. Und es hat noch gehalten, es funktioniert. Ja, wie gesagt, ich habe es nicht mitgenommen, weil ich bin in den Zug gefahren und habe mir da vor Ort eins ausgeliehen. Mein Schwager war noch mit dabei, der kannte da so einen Laden und das war perfekt direkt hingefahren und das war direkt unten an der Gondel, ist so ein kleiner Laden, sehr nette Leute da, wo du reingehst und da hatten wir das Board reserviert und meine Nichte war ja auch noch dabei, die hat sich auch noch schier ausgeliehen und ich verstehe kein Wort, die sprechen alle Französisch. Oui, oui. Oh ja, wirklich und dann habe ich mir da so Schuhe ausgeliehen, Softboots, also geruchstechnisch warst du da schon ziemlich, gab es da schon einiges zu entdecken, sage ich mal, in dieser Schuhausleihabteilung, aber das Witzige war. Das ist wie im Bowlingcenter. Ja, genau. Aber irgendwie, ich glaube noch ein bisschen krasser, weil du steckst da acht Stunden in so Schienen teilweise und da kommen andere Gerüche raus. Und das Witzige war so, was mache ich denn jetzt mit meinen Schuhen, die ich mitgebracht hatte, die ich anhatte. Und dann haben die gesagt, ja, stellst du einfach da unter die Bank und ich so, ja. Und dann hoffen wir mal, dass die Botten noch da sind. Und das Witzige war, natürlich waren die Schuhe noch da, aber ich war der Erste. Wir waren eine halbe Stunde zu früh und ich war direkt bei Ladenöffnung da rein, zack. Meine Schuhe waren die Ersten, die da drunter standen. Und als ich dann gegen 15 Uhr die Sachen wieder zurückgebracht habe, waren 100 Paar Schuhe da noch unter dieser Bank gestanden. Und ich musste wirklich jeden Einzelnen anfassen. Meine waren halt ganz hinten und dann da rausholen. Aber eine Umkleidekabine finde ich jetzt ein spannendes Thema, als du gerade erzählt hast. Ich war ja im Sommer surfen und da war das ähnlich. Also da waren jetzt am Ende nicht hunderte Leute, aber du bist in diese Surfschule gekommen und hast natürlich Klamotten angehabt. Und die musstest du dann irgendwo lagern. Und das sind ja nur so kleine Bretterbuden, die am Strand stehen. Da ist nicht wirklich viel Platz. Und trotzdem musst du dich ja ausziehen. Auch Frauen zum Beispiel müssen sich da ja ausziehen. Und das wurde alles in einem unfassbar kleinen Raum gemacht. Und es ist wirklich jeden Morgen eine beeindruckende Zeremonie gewesen, sich in diesen Neopren zu zwängen mit noch 20, 25 anderen in einem Raum, der ungefähr so groß ist wie ein Dixi-Klo. Und dann noch die Sachen da zu lagern. Das war wirklich, das war auch teilweise schon ein bisschen in die erotische Richtung gehend. Also man hat so Dinge gesehen, aber es war irgendwie cool, weil jetzt war ja alles entspannt und so. Also ja, das fand ich auch witzig. Aber wir haben ja noch weitere Geschichten hinter den Kulissen. Denn während ich also am Samstagabend meine Knochen und Muskeln wirklich zählen konnte, ich wusste genau, also ich habe Stellen an meinem Körper entdeckt. Da wusste ich gar nicht, dass ich da Stellen habe, wie das so schön heißt. Ich hatte wahnsinns Muskelkater. Ich war wirklich komplett im Arsch. Da sind Regionen belastet worden, die seit 13 Jahren nicht mehr... Skifahren ist unglaublich anstrengend. Und Snowboard fahren ist noch anstrengender, weil du dich ja, wie gesagt, immer wieder hinsetzen musst, um die Bindung dann wieder reinzumachen. Du gehst aus dem Lift raus. Gut, ich saß dann schon auf dem Boden, weil ich ja immer umgefallen bin. Aber dann musst du dann diese Bindung wieder reinmachen und dann wieder aufstehen. Das ist so mega anstrengend. Aber das heißt, du kannst wirklich nur Snowboard fahren. Du kannst nicht Skifahren. Doch, ich kann auch Skifahren, selbstverständlich, natürlich. Also Karsten, jetzt... Folge 168 und du unterstellst mir, dass ich nicht Skifahren könnte. Entschuldige bitte. Ja, natürlich kannst du Skifahren. Ja, ich entschuldige mich. Wie sieht es bei dir aus, du Nordlicht? Was machst du denn so im Winter? Ja, wir gehen angeln. Ist egal. Wir gehen auch im Winter raus. Wir holen die Netze rein. Kannst du Skifahren? Ich war einmal Skifahren, ja. Also Snowboard fahren auch. Ja, geht ganz gut. Aber ich würde nicht sagen, dass ich es kann. Also nicht so gut wie du wahrscheinlich. Das war... Ja. Ich komme runter. Sagen wir mal so. Während ich also Samstagabend voller Schmerzen unter der warmen Dusche stand und versuchte, meinen Körper wieder aufzutauen, surfte ich im Internet und auf Instagram stand da auf einmal ein mir wohlbekanntes Gesicht, deins, mitten im KSC Stadion im BB Bank Wildpark mit einer schicken KSC Jacke an, mit einem Mikrofon in der Hand. Und du warst hier der Stadionsprecher. Hallo? Wir hatten das vorher nicht abgesprochen. Nee, du warst ja auch Freitag nicht da. Ja, aber warum kriege ich keinen Anruf? Ja, was hätte ich zu sagen sollen? Stimmt. Ja, also ja, du hast vollkommen recht. Wie kam es dazu? Was, wer, wieso, weshalb, warum und wie war es? Ja, das war total auf einmal. Also wie sagt man? Jetzt fehlt mir das Wort. Spontan. Unvorher gesehen, ja. Ich kriegte am Donnerstag, also im Prinzip 24 Stunden vor dem Spiel, kriegte ich einen Anruf von unserem Sportreporter Julian Linder, der meinte, der wirklich völlig panisch mich anrief. Ich lag in meinem Bettchen zu Hause und er sagte die Worte, Carsten, es ist dringend und wir brauchen jetzt eine Entscheidung. So war das. Ich habe wirklich gedacht, oh Gott, der Sender brennt. So, keine Ahnung. Und dann meinte er, Martin Wacker ist krank. Das haben ja einige mitbekommen, dass er da... Ist aber wieder auf den Beinen. Ja. Hat schon einige Termine gepostet bei Instagram. Sehr dank. Und der Fabian, der das sonst beim KSC macht, der ja auch beim KSC fest arbeitet, der hatte auch eine Krankheit. Der war sozusagen verhindert und jetzt waren sie auf der Suche nach einem Stadionsprecher. Und da ich das ja schon einmal auch durch Zufall gemacht habe, und zwar irgendwie letzten Sommer bei so einem Benefizspiel, hat man gedacht, fragt man mich mal. Und naja, habe ich gesagt, Leute, mache ich. Ist ja kein Ding. Das ist ein No-Brainer. Da bin ich dabei. Und ja, es war sehr aufregend, aber auch, ich hatte das ein bisschen unterschätzt, so wie immer eigentlich. Da bin ich in Sachen reingegangen, ohne mir wirklich Gedanken zu machen, weil du wirst ja unten im Stadion auch gefilmt. Das wusste ich gar nicht. Man hatte mir so Zettel mit so Moderationskarten, da hatte ich so Zettel drauf. Der Artikel des Tages waren Fließhandschuhe für 9,95, für sonst 14,95. Dann gab es den Faschingsschlussverkauf bis Sonntag, konnte man sein Faschingskostüm gegen Sachen tauschen und so weiter und so fort. Das vergisst man, man denkt ja immer, man steht da nur und sagt, Tor für den KSC! Das ist ein richtiges Programm. Ich hatte ein Interview mit einem U19-Trainer, die gerade die U19 des KSC, die haben gerade die Möglichkeit, südbadischer Meister zu werden und damit dann an den deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Was es so noch nie gegeben hat. Und ja, da war ich ein bisschen aufgeregt dann doch, als es dann fünf Minuten bevor es losging. Da musst du vorlesen. Die Kacke am Dampfen, ja. Aber dann ist es auch geil, wenn es Spiel ist und der KSC hat gewonnen. Jan, ja, das war sowieso cool, aber bis jetzt muss ich sagen, ich habe es zweimal gemacht, zwei Siege. Ich will nichts sagen, lieber KSC, aber die Statistik spricht für mich. Und Jan, ich muss dir das sagen, also es ist unglaublich. Ich hatte der Matthias vom KSC, der mich betreut hat, Dank auch nochmal, der meinte, Carsten, du machst es hier das erste Mal, alles ist gut, machst du entspannt und so weiter. Auch bei der Mannschaftsvorstellung, dann wird ja immer der Name gerufen, der Vorname, den sagt ja immer der Martin. Und dann brüllen ja alle den Nachnamen zurück. Und das ist ja schon ein Gänsehaut-Moment, schon alleine, wenn du im Stadion sitzt. Ich liebe diesen Moment vor dem Spiel, wo wirklich alle Fans, wie so ein Kriegsschrei, das so zurückbrüllen. Und den Mannschaften, die schon im Spielertunnel stehen, zeigen, das Ding ist unser Haus hier. Das ist der BB-Bank Wildpark, egal wer hier kommt, wir zerreißen uns für unsere Spieler. Und dann meinte der, mach entspannt, dies ist von der Seite. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Matthias, wenn ich das einmal hier machen darf, ich weiß nicht, wann nochmal diese seltene Konstellation eintritt, dass der Martin nicht kann, dass der Fabian nicht kann. Ich will es machen wie Martin, ich gehe auf das Spielfeld, ich will diese Emotionen. Und dann habe ich mir auch tatsächlich am Ende getraut, bin draufgegangen und das ist so krass, das ist so unfassbar. 18.191 Leute waren da und wenn die alle, du sagst, Christian und dann kommt zurück, Eichner. Ey, das ist so geil, das ist Hammer. Das ist wirklich, also ich bin runtergegangen mit einem solch fetten Grinsen. Also auch nochmal danke an alle 18.191, die gegen Jan Regensburg im Stadion waren und mitgebrüllt haben. Ihr habt mir einen Wahnsinnstag gemacht. Du hast auch gesagt, und ich bin euer Stadionsprecher Carsten. Ja genau, und dann, nee, also das war cool, also wirklich, hat mir echt Spaß gemacht. Geil, geil. Aber wieso soll das denn am Spielfeldrand leichter sein als im Spielfeldmitte? Weiß ich auch nicht, weil man vielleicht nicht so aufgeregt ist oder so. Das Schwierigste an der Situation ist einfach, dass du da unten nichts verstehst. Du verstehst einfach nichts. Du sitzt, ich hatte ja dieses Interview mit dem Ralf Kettemann, dem U19-Trainer und dann habe ich ja Fragen gehabt und ich habe die Antworten nicht verstanden. Einfach nicht, ich habe einfach nichts gehört, weil es so laut im Kessel da ist, dass du, der steht sozusagen 30 Zentimeter dir gegenüber und du hörst nichts. Du siehst im Prinzip wie ein Stummfilm. Und du denkst, okay, er hat jetzt irgendwas auf meine Frage gesagt, vielleicht hat er auch gesagt, ich bin ein Arschloch oder mir hängt da was aus dem Gesicht raus oder frag die Frage bitte nochmal, ich habe es gar nicht so richtig verstanden. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich mache einfach die nächste Frage. Das ist so skurril. Okay, aber weißt du, da bist du ja einfach selbst schuld, du hast halt den Kessel so angeheizt, so angefeuert, dass die halt so ausgerastet sind und Martin Wacker und der andere, Fabian, die kennen das nicht. Vielleicht schaffen die das nicht so, das Stadion anzufeuern, dass alle ausrasten. Ich glaube, die machen das schon ganz gut, aber es hat natürlich mega Spaß gemacht. Ich würde mich nicht beschweren, wenn es nochmal passiert. Schön, sehr schön. Ach ja, das ist bestimmt eine geile Erfahrung. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich kenne mich, ich hatte so Angst, weil ich mich mit Fußball überhaupt nicht auskenne und mir passieren dann immer so dumme Fehler. Also dann wird aus dem SC Freiburg der FC Freiburg oder sowas und das darf dann im Stadion einfach nicht passieren. Wenn das hier im Studio passiert, dann kriegt man zwar auch sehr viele negative Hassbotschaften per WhatsApp geschickt. Aber die sind dann weg, ne? Die stehen mir nicht gegenüber, genau. Und im Stadion, wenn du da irgendwie was Falsches sagst, uiuiui, da hätte ich Angst. Ist gut gegangen. Ich glaube, es war einigermaßen okay. Guck mal, deine Vorhersage war, dass wir heute ein Lava-Podcast sind. Aber ich meine, wenn du halt hier auch zum absoluten Superstar aufsteigst, während ich einmal kurz Skifahren gehe. Du warst in Chamonix, auf dem höchsten Berg Europas. Ja, das stimmt. Das war schön bestimmt. Ja, wobei man muss auch sagen, die waren alle sehr traurig, die Leute dort, weil viel zu wenig Schnee liegt und die haben alle Angst, Klimawandel und so. Also du bist da mit dem Auto hingefahren auf 2000 Meter, war noch nichts, ne? Krass, gell. Gut, dann kommen wir doch mal zu unserem Podcast 2959. Ich kann gar nicht mehr, ich bin völlig fertig. Gut, dann fange ich an. Unsere Jugend kommt ins Museum. Stimmt, das hast du eingangs gesagt. Und zwar die, das... Aber ich weiß noch nicht, was du meinst. Das Badische Landesmuseum startet ab Juni eine Ausstellung über die 80er Jahre. Und sie wollen sich da besonders viel Mühe geben, um besonders viele Leute dahin zu locken. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch eine Lederjacke von Klaus Meine zu sehen, die er getragen hat auf einem Konzert 1989 in Moskau. Wow, das legendäre Konzert damals, oder? War das nicht eines der ersten, war das nicht sogar schon vor der Wende da? Muss ja, weil nach der Wende ist dann nicht mehr 1989 gewesen. Also einen Monat noch, ich weiß nicht wann es war, keine Ahnung. Also wäre blöd, wenn das eine Jacke aus den 90ern wäre. Hoffentlich haben die Verantwortlichen da nochmal genau nachgerechnet, wann das gewesen ist. Nee, aber ich glaube tatsächlich, die haben dieses große Rock in Moskau Konzert. Das war schon... Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es in Moskau mal ein Konzert gab, auf dem die Scorpions waren und Bon Jovi. Und das während des Konzerts schon ging. Es war klar, Bon Jovi und Scorpions sind die letzten Acts des Konzerts. Und ich weiß, dass es hinter den Kulissen, während noch eine Stunde vorher, nicht klar war, wer der Letzte ist. Weil da Ego eine ganz große Rolle gespielt hat von den Bands. Und ich weiß, dass sich am Ende Bon Jovi durchgesetzt haben. Was aber für Bon Jovi richtig beschissen gewesen ist, weil die Scorpions waren vorher so gut, dass noch während Bon Jovi auf der Bühne stand und losgelegt haben, haben die russischen Fans die Scorpions zurückgefordert auf die Bühne. Aber ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Und tatsächlich, jetzt wo du es sagst, werde ich auch ein bisschen skeptisch. Denn hier steht, ab 17. Juni werden Zauberwürfel, Game Boy und Ghetto Blaster gezeigt. Game Boy, war das auch schon in den 80ern oder kam das erste in den 90ern? Also ich komme ja aus dem Osten. Ich habe es ja definitiv erst in den 90ern gehabt. Ja, also auf jeden Fall bleibt es spannend. Und irgendwie fand ich es krass. Es hat in mir was ausgelöst, als ich gesehen habe, die machen eine Ausstellung über die 80er Jahre. Da fühlte ich mich alt. Ich habe gedacht, fuck. Ja, ich komme ins Museum. Das ist ja meine Jugend. Jetzt schon ins Museum. Also, dass es hier und da immer mal wieder 80er Jahre inspirierte Ausstellungen gibt. Aber jetzt im Badischen Landesmuseum mit der Jacke von Klaus Meine. Der kleinen Jacke von Klaus Meine. Irgendwie habe ich mich da alt gefühlt. Kennst du das im Museum, wenn du da so ein Telefon siehst, was du früher auch gehabt hast? Ja, genau. So ein altes Weltschabentelefon. So ein Bakalit-Telefon, ja. Oder andere Gegenstände, die man früher gehabt hat. Das fühlt sich komisch an. Ich war ja vor kurzem mit Mannheim im Tech-Museum bei dieser Ausstellung über Radio, wo wir auch im Podcast drüber gesprochen haben. Und da sind auch Sachen ausgestellt, die wir früher ganz neu im Haushalt hatten. Die du noch benutzt hast, weil es nichts anderes gab. Der Fernseher, den wir früher hatten, da stehen Radio- und CD-Player, die wir früher hatten. Ich hatte letztens so einen melancholischen Moment und zwar war ich auf der Suche. Meine Tochter ist ja jetzt 17 geworden und ich habe ihr Geld geschenkt für einen Führerschein. Meine Tochter ist schon 17? Ja, verrückt, ne? Ach, Quartalit. Und dann habe ich ihr ein Matchbox-Auto. Also ich wollte ihr ein Auto kaufen, so ein kleines. Und da wollte ich halt das Geldgeschenk drauf machen. Und ich habe eine Matchbox gesucht. Und ich war hier in der Kaiserstraße bei Müller. Ich habe keinen Matchbox mehr gefunden. Und es gibt Matchbox noch, aber das ist nicht mehr so präsent, wie es früher für mich war. Für mich war Matchbox, das war für mich, also ich kann dir gar nicht sagen, was da für Gefühle in mir hochkommen. Ich habe meine Matchbox-Autos, die ja für mich im Osten noch eine viel größere Bedeutung hatten als für jemand anderen. Ich kann dir heute noch sagen, wie die, welche ich hatte, die Corvette, die weiße, mit dem abnehmbaren Top, beziehungsweise das Top war weg und mit dem roten Streifen da rüber ging. Ich hatte so einen goldfarbenen Truck, der überhaupt nicht aussah wie der Colceivers Truck, aber für mich war es der Colceivers Truck. Ich hatte so einen Bus, ich hatte vier Matchboxer, die habe ich gehütet wie ein Schatz. Und das war für mich, und es ist für mich eine unfassbare Schande, dass es das nicht mehr gibt, dass die diese Marke so runtergerockt haben. Echt, das gibt es? Ja, oder nicht mehr. Hat das nicht mal TELT? Psycho oder irgendwie sowas gibt es jetzt? Ah ja doch, das kenne ich, ja. Aber auf jeden Fall Matchbox nicht mehr. Und Matchbox ist für mich so, das ist für mich wie Porsche. Das ist so eine Marke, die darf nicht, also dass die nicht mehr gibt, das geht nicht. Ja. Porsche? Hast du auch sowas? Also hast du auch so eine Kindheitsmarke oder so ein Spielzeug, wo du sagst so, ey, das muss es ewig geben? McDonalds? Da hast du ja Glück gehabt. Da hast du Glück gehabt. Coca-Cola. Was war denn dein Lieblingsspielzeug früher? Oh jetzt, gute Frage, was war mein Lieblingsspielzeug? Ich habe immer gerne... Jetzt kommt was. Ich habe immer gerne mit dem Taschenrechner Brüche aus Baldur. Du bist derjenige gewesen, der bei den Schulkameraden geklingelt hat und gesagt hat, Entschuldigung, kann ich deine Mathe Hausaufgaben machen? Ja, sowas habe ich aufgemacht. Ja, ist klar. Und habe dann auch nach X aufgelöst und unbekannte Gleichungen mit zwei Unbekannten. Oh herrlich, das waren tolle Nachmittage. Das gibt es, weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt. Im Ferienlager, alle an der Tischtennisplatte, du mit der Taschenlampe auf dem Bett. X freigerechnet. Super. Das gibt es aber noch, da mache ich mir keine Sorgen. Nee, keine Ahnung. Ja, Matchbox-Autos waren natürlich auch, aber lange nicht so emotional verbunden damit, wie du gerade erzählt hast. Und ansonsten, ich hatte so ein, zwei Sachen, so auch Spielzeug-Autos, aber die waren nicht von bestimmten Marken. Aber wenn ich ähnliche Autos heute sehe, das ist immer witzig, wenn du irgendwo im Internet ein Bild siehst von einer Parkgarage, die ich früher als Kind gehabt habe, wo man irgendwie so leiern konnte. Ja. Und wenn du dann heute so ein Bild im Internet siehst, dann kommen halt so krasse Emotionen in einem Hof und man denkt, ach, das hatte ich auch gehabt, das stand immer da in meinem Kinderzimmer. Ja, man hat so, ich finde halt, man ist sofort wieder in diesem Game drin, so. Man ist sofort wieder drin und ich finde, ich weiß gar nicht, ob das allen so geht, aber ich könnte sofort wieder damit spielen, egal wie alt ich bin. Ja, wenn mir jemand diese Corvette wieder hinstellt, ich werde wieder Folgendes machen, das weiß ich jetzt schon, ich werde sie auf diesen Tisch stellen, werde das Heck anheben und gucken, wie die Federung ist. Das ist ja stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, fühle ich das auch, auf jeden Fall. Ich weiß noch genau, dass diese Matchbox-Autos eben eine besonders coole, krasse Federung eben haben. Das hat man richtig, das war schon einfach geile Qualität. Genau. Und dann hat man die Reifen zwischen Daumen und Zeigefinger genommen und hat versucht, das so durch die Hand durchzufummeln. Einige Matchbox-Autos waren zu lang, aber mit einigen hat es funktioniert. Ja, stimmt. Das habe ich auch gemacht. Sofort macht man das wieder. Oder man hat es mit zwei Händen. Ja, ja, ja. Gut, hattest du nicht noch auch ein Thema für uns? Ausbildung? Nee, der Wolf ist zurück. Erstmal müssen wir uns den Wolf wieder kümmern. Ja, Leute, in Bade-Würdeberg haben wir den Wolf wieder da. Ja, und es ist jetzt auch klar. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Oh, shit. Der Wolf, ich habe ihn verwisst. Der war einfach geil. Geiler Typ. Dortmund. Ja. Ob das jetzt alle gerafft haben, was wir gemacht haben? Ist egal. Guck mal, der Marco weiß es nicht. Der schüttelt den Glauben. Marco ist einfach zu jung. Müssen wir es auflösen? Müssen wir es auflösen oder lassen wir es einfach stehen? Hey, du, siehst du vielleicht bald im Museum, Marco. Ja. Der Wolf ist da. Rüden wurden ja schon gesehen. Jetzt ist genetisch nachgewiesen worden, dass es auch eine Fähe gibt. Ist eine Fähe eine weibliche Wölfin? Ja, du hast es halt drauf. Nee, 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 überhaupt nicht. Ich habe es gerade eben gelernt. Also zum ersten Mal in meinem Leben höre ich dieses Wort. Fähe. Und ich wäre nie drauf gekommen. Hast du das mal gemacht bei Schlacht der Geschlechter? Nee. Mach das mal. Stimmt, was ist eine Fähe? Was ist eine Fähe? Das mache ich morgen. Das weiß keine Sau. Das mache ich morgen. Für morgen fehlt mir noch eine Frage. Das weiß kein Mensch. Ja. Oder ich müsste es eigentlich am Montag, nachdem der Podcast rauskommt, machen. Damit Wanya eine reelle Chance hatte? Nee, stimmt. Aber die hört das nicht. Nee, damit die Hörer, die es hören, am Montag einschalten können. Also damit ihr, sozusagen, ihr, die jetzt hört, einschalten könnt. Wollen wir es so machen? Ja, machen wir es so. Oh, erinnerst du mich noch mal an den fettesten Scheiß, was ich jetzt schon jetzt aufschreiben? Fähe, Montag, Sechster, Dritter. Ist ja Montag schon der Sechste, Dritte. Da hat ja meine Mutter am Dienstag Geburtstag. Also, ähm. Wir kommen heute zu keinem Thema hier. Was ist denn jetzt mit der Fähe? Ja, die ist da halt. Und jetzt gehen natürlich Experten, was passiert? Fähe, äh, äh, h, äh, h. Fähe, und dann nochmal. Wie die Fähre, nur ohne r. Äh, e. Ja, wie die Fähre, ohne nur ohne h, r. Fähe, okay. Ja, also, die ist da. So, und jetzt ist natürlich klar, wir haben die Rüden, wir haben die Fähe. Was kann passieren? Ja, bald gibt es mehr Wölfe. Gibt es kleine Kinder, wie heißen die? Es ist mit... Haben die auch einen Namen? Ja, die heißen Kinder von Wölfen. Das siehst du, das habe ich noch nicht rausgefunden. Das hat bestimmt einen coolen Namen. Bestimmt so eine Gang. Oh, jetzt will ich es wissen. Weißt du das? So eine Rotte. Wie heißt das bei Wildschweinen, wenn es so eine ganze Gang ist? Nee, aber da heißt es Ferkel und, nee, warte mal, Ferkel ist bei Schweinen Frischling. Frischling, ja. So sieht es nämlich aus, Leute. Ach, beim Wildschwein ist es ein Frischling? Beim Wildschwein ist es ein Frischling. Beim Hausschwein ist es ein Ferkel? Ja, so sieht es aus. Ah, okay. Ich dachte, ein Ferkel ist es nur, wenn es an so einem Stock sich am Grill dreht. Oh Gott, so ein junger Wolf. So, gucken wir mal. Wie nennt man einen jungen Wolf? Junge Wölfe... Harald. Wölfe, Kevin, die junge Wölfe werden im ersten Lebensjahr ebenso wie junge Hunde... Äh, oh Gott, ähm, 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 sag mal, bin ich blöd? Boah, ist das mies. Jetzt, oh, jetzt, und jetzt wird der Druck steigt. Ähm, wie werden denn... Genau, Wuschel genannt. Wie werden denn junge Hunde... Wöl... Wölfen, ah, ja, natürlich. Feinlich. Nee, finde ich nicht. Also, und, äh, was heißt das jetzt für uns, dass es, ähm, mehr Wölfe gibt? Nee, also, die müssen sich ja erstmal finden. Also, Baden-Württemberg ist ja schon relativ groß für zwei Rüden und eine Fähe, ja, ähm, die müssen sich ja erstmal jetzt irgendwo in der Mitte treffen. So, ob es dazu kommt, weiß jetzt noch keiner. Ähm, aber es besteht jetzt die Möglichkeit. Und wir reden ja in den letzten Jahren öfter über Wölfe, die zurückkehren. Wir haben ja diese Ziegenrisse ja auch überall. Ähm, ähm, und, ähm, da gibt es ja sogar Ausgleichsfonds, habe ich nur mal so im Vorbeigehen letztens gelesen. Und, ähm, ja, das kann tatsächlich jetzt wieder losgehen. So, vielleicht sogar schon dieses Jahr, 2023. Das Jahr, in dem nach langer Zeit der erste Wolf wieder, der erste Welpenwolf wieder geboren wird in Baden-Württemberg. Und müssen wir, müssen wir Angst haben? Nö, also jetzt die Ziegen. Also, wenn du eine Ziege bist, hätte ich Angst. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wäre, da würde ich jetzt unruhig schlafen, so, als Ziege. Ähm, aber wir Menschen, wenn wir spazieren gehen in den Wäldern, das sind doch sehr scheue Tiere, die eigentlich eher abhauen. Wenn sie nicht abhauen, dann stimmt irgendwas nicht. Ähm, und dann soll man laut klatschen, habe ich gelesen. Das kann ich. Ich bin ein guter, lauter Klatscher. Ja, das machst du ja immer im Podcast. Hast du schon 168 Mal geübt jetzt hier. Ich habe noch eine klitzekleine kurze Meldung zum Abschluss. Die ist auch nur sehr kurz, da müssen wir gar nicht lange drüber sprechen. Ein Mann ist am Sonntagnachmittag in ein Einkaufszentrum in Ettenheim eingebrochen und hat in die Tiefkühltruhe gekackt. Wie, so ein Hammer haust du hier am Ende raus. Ja, aber ich will da gar nicht länger drüber sprechen. Das war der Neue Welle Podcast 29, 59. 50, es ist eine Geschichte, da muss man kurz drüber sprechen, aber wahrscheinlich wird es ihm nicht besonders gut gegangen sein. Deswegen sollten wir uns auch nicht zu sehr darüber amüsieren, aber es ist schon eine schöne Schlagzeile einfach. Ja. Ja. Ich meine, es ist eigentlich vielleicht auch ganz, man muss dann warten, bis es fest ist, dann kann man es eigentlich ganz einfach wegmachen. Ja, ich weiß nicht, ob du dann, aber auch die, ja klar, kannst du einfach die Tiefkühlpizzen, auf die es drauf gemacht. Und ist natürlich, weil Tiefkühl sind ja meistens weiß. Ich stelle mir halt nur, weißt du, es gibt ja so Situationen manchmal im Alltag, stell dir vor, du gehst in den Supermarkt und dann macht einer diesen Schublade da weg. Und dann siehst du schon, irgendwas ist anders. Er guckt nicht mit dem Kopf rein. Oh, Bilder im Kopf. Danke Leute fürs Einschalten. Wenn ihr möchtet, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wann die Zeit genau um ist, weil... Wir waren ziemlich drüber, wir sind jetzt bei 29... Nee, wir sind immer noch, nein, wir sind noch, wir sind noch drin, wir sind noch bei 29,42. Okay, gut, dann sag ich jetzt nochmal tschüss. Ja, sag nochmal tschüss. Tschüss. Jetzt immer noch, sind noch so acht Sekunden oder so. Das merkt keiner, wenn wir jetzt einfach aufhören. Nee, aber du willst doch mal, dass es schön 29,59 ist. Das ist ja auch früher angefangen.